jo leute und damit willkommen zurück zu das bekloppt projekt mit flash und mit centoos wir zwei bescheidete unterwegs so wie immer kann man die gravity gun eigentlich auf die vögel wegschießen weiß ich nicht ich kann es ja mal ausprobieren tschüss okay du hast langeweile komm her vogel ich will dich haben muss ich dich auch schnappen können eigentlich normalerweise ja schon mehr so ein bisschen geleckt eben ja aber ich glaube auch gemerkt also gleich geht der server da und also ja hab ich schon mal ja ich will es nicht hoffen aber du hast den vogel ich gerade in der hand tolle die vögel irgendwo drinnen macht ihr so ein vogel käfig oder so auch schade jetzt ist der vogel weg hatte da auch was ja stimmt ob das wird das portal durch schade wirst du hast einen vogel vogel das wäre gemein wenn ich das machen würde was wenn ich mir jetzt diese nehmen will ein haupt damit das wäre gemein aber wir haben ersten april jetzt end okay schon gestern die ganzen nervigen sachen gereicht du stellst dich doch immer an ja hier noch hier ist ein kaputter tower den habe ich erstmal gerade komplett eingesammelt ich weiß nicht was sie so abgeht bist du denn irgendwo da war das ganze zeug ein davon eigentlich war ich ja nur auf bienen suche aber es sind noch hier erfahrungspunkte liegen ja auch noch rum immer da gewesen dann weg gewesen ganz schnell weil es uns zusammengestürzt ist ja wir sind noch paar sachen mehr die herum stehen na dann einfach alles mit einsammeln ja auch macht das mal aufmassen kommst du auch noch egal dschungelfestung war hier auch wir haben mich wieder kennen mache ich nur blitzen anfangen und aber nur alles mögliche und nicht das was ich mache heute als skelett alter cheater und die hefte fag kommt ja alles mögliche gegen geflohen deswegen ja mich auch gewundert man kann es ganz schön weit weg von mir ja von mir nicht dagegen sag ich welche zu machen ach das ist das ding hier war ich schon mal bin ja mal schon öfter durch die gegend geflogen deswegen ach du scheiße ist noch mehr warum gar nicht in welcher richtung johnny eigentlich die ganze zeit war weiß ich auch nicht und dieses ende dazu finden muss nur noch fliegen nur nördlich fliegen deswegen heißt die wall of nose ok 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 ich bin jetzt mit meinen ganzen taschen voll aber ich habe kaum bienen ok 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 glaube auch bei der dungeon zum bürger dann nicht richtig drauf hatten zuerst deswegen wird das auch mit den bienen schwieriger zu finden sein mit den bienen ja wieso herzlich unter wasser bien die welt anders geladen ist wieder vor allem wenn ich das geräusch ist wenn das schon längst weg ist ein koppeln sterb koppeln der koppeln das koppel ins gefunden diesen tower steht immer das nervt ehrlich stellt sich auch an ja wenn du dieses jetpack er später ist wenn du schon lange weg hat es was soll der scheiss hier nicht weiter runter könnte keine lust nein 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 weiter ein paar koppel ins geschlachtet und wieder nach hause jetzt ist der sound wieder nochmal hier sind bien keine ahnung was das für welche sind aber kurz der fps anzeige verschieben kugels das ding heißt sag mir welche farbe es sind die komischen hier ist und mit und da kommen wo sachen drin sind sondern hier so mit mit kiste drinnen okay und was ist das für einheit was sind es für bien 8 extra bis sie sind unwichtig für mich erstmal 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 habe ich davon dschungel bienen oder water beans oder waldige ist das hier hat auf jeden fall gerade einen guten folter dass wir beide in verschiedene richtungen schwirren so etwas am lenken ist und etwas nicht gut ich habe 60 fps was auch komisch ist aber er prüft sich das 60 jetzt bin ich hier ist auch noch eine ölquelle da oben sehe ich auch bienen das ist super man sieht das ja eigentlich wenn da bienenwasser sind war ja so ne ja die konnte man leuchtet so gerade noch sehen war das nicht geleuchtet dann so gerade eben kommt hier kein land mehr oder was ok tropische bienen habe ich auch schon jetzt fehlen eigentlich nur noch wasser bienen und waldige aber die kriege ich schon gezüchtet wasser im bei mir im bei mir ja heilen kann ich wieder nicht aufnehmen es leckt gerade etwas oder ja ich merke das schon weil ich gerade am schießen bin ich kann die tasche nicht öffnen sind dass das master da wieder vermisst gar nix alter schwede die will ist wieder nach hause diamond redstone gold bei die zahnspacks die gehen wir so auf den sack na es kommt davon wovon dass du doof bist das stimmt dass du weit weg fliegt macht doch gar nix oder das gelehrt ich na war auch skelett hau ab braustände es ist dann aber brauchst du jetzt gelehrt ja das glät hängt vor mir und schießt ihn auf mich aber nicht getroffen jetzt ja man die redstone lampen genommen ich gerade auch die ganzen tierchen treffen mich einfach nicht weil ich schon mal weg fliege kurz vorher wir sind noch ein paar tower das geile ist von den skeletten weg bei den sound höre ich immer noch aber deine sound kommt hier mein leben ja land kommt auch mal was was wir fliegen die ganze zeit die ganze noch fliegen dass du gleich abstützend schwimmen musst also ich habe noch genug energie von 70 prozent ich habe immer 99 ja durchgehend ok ja du hast nicht so einen helm an ne da ist schon wieder der kleine schöne vorteil land so ich bin schon wieder bei meinem sweet home sweet home alabama home sweet home nachher hier sind die ganzen bienen dran und eine komische festung ja wie ich lange kam also wenn man habe ich schon jetzt noch mehr bieten darauf über 20 habe ich jetzt okay auch nicht schlecht so ist denn jetzt für ganzen mist in der tasche die kann eigentlich alles immer nur mist ist das denn wolle was ist das eine kiste leer nächstes das zweck wird das 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 alles außer die mitrieten sachen die kann eigentlich alles so dunkel hier ein boah ich schon seitdem so was ich bei mir hab ne me 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 die oder diese magnet das oder ja ja schon wieder eine viertelstunde um ja denn hier ach ne hier ist und oder war das schon was was ist ein ding das geht nach ganz oben und oben ist ein fliegende ende darauf so so ein komische fest wo hier oben wenn ich ja noch was drauf ist was alles auf endzone gebaut ist ja ich glaube johnny war hier nämlich schon so aus ob man da durchgebaut hat deswegen die kapseln das sind die falschen kapseln essen